Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 07.05.2019 Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen jetzt in den heutigen Item Shop rein, da gucken wir mal. So, was gibt's denn da heute alles? Einen neuen Emote! Ja, geil! Jo Leute, dann gehen wir doch einfach mal auf der linken Seite, da haben wir die Rote Ritterin, den Red Knight Hammergeilet Teil. Kriegt von mir 10 von 10. Ist ein ziemlich alter Skin, aber ziemlich geil. So, schauen wir mal in die Noten rein. Da haben wir hier 4,27 von 5 bei 184 Votes. Am 15. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen, seit dem 16 mal 336 Reminders. Die Rote Ritterin, die Rote Ritterin, dann haben wir die Karmesinhacke für 800 V-Bucks, das Teil. Gucken wir mal da rein. Jo. Kriegt von mir 7 von 10, die Karmesinhacke. Das ist die Karmesinhacke. Das ist die Karmesinhacke. Die Karmesinhacke hat hier 3,67 von 5 bei 27 Votes. Am 6. Juli 2018 das erste Mal drin gewesen, seit dem 10 mal 27 Reminders. Da sind wir hier auch schon mit diesem Set durch. Übrigens, dieser Schild hier hinten sieht auch richtig nice aus. So, dann sind wir beim Mothmando. Und der Mothmando, ja, erinnert mich immer, immer wenn ich das Ding sehe, muss ich an die Mothman-Prophezeiungen denken. Aber da sah das Ding nicht so bescheuert aus, wie hier. Ich bin jetzt so ein Fan von Motten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mach die immer kaputt. 6 von 10, kriegt er von mir 6 von 10. Jo. Der Mothmando. Gucken wir mal, wie sind da die Noten aktuell. Jo. 3,62 von 5 bei 21 Votes. Am 30. November 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 3 mal 55 Reminders. Jo. Da hab ich auch vergessen, das aktuelle Voting für den Gesamtshop hier einzublenden. Was haben wir denn da momentan? 765 Love It. 1045 It's Meh. Und 2342 Hate It. Oh mein Gott. Dieser Shop ist nicht wirklich beliebt bei euch. Oh, 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 oh. Jo. So, da geht's weiter hier mit dieser Lampe. Die Lampe finde ich eigentlich relativ cool, muss ich sagen. Für 500 V-Bucks. Kommt einer her mit so einem Lampenständer und zieht hier das Ding über die Birne. Kriegt von mir 7 von 10. Die Lampe. Jo. Schauen wir doch mal. Wir sind hier momentan die Noten für die Lampe. Ui. Da haben wir... Das war das Falsche. 4,4 von 5 bei 10 Votes. Am 30. November 2018 das erste Mal drin gewesen. Vier Mal seitdem. 23 Reminders. Dann haben wir diesen Flatterkäfer und das Ding finde ich mega cool, muss ich sagen. Kriegt von mir 9 von 10. Sieht schon geil aus, das Teil. Für 800 V-Bucks vor allem. Relativ günstig für so einen Gleiter. Das ist der Flatterbug. Und der Flatterbug hat hier momentan 3 von 5 bei 8 Votes nur. Naja. 6 Reminders. Nicht wirklich viel. So. Dann geht es jetzt hier los. Ich mache das jetzt der Reihe nach hier einmal so rum. Fangen wir mit der Lucky Picke an. Das ist auch so ziemlich das hässlichste Item, was ich da jetzt gesehen habe. Die Lucky Picke für 500 V-Bucks ist nicht so wirklich prickelnd. Macht mich nicht Lucky. Das Teil kriegt von mir nur 3 von 10. Jo. Und da haben wir hier momentan 2,79 von 5 bei 19 Votes. Am 2. November 2017 das erste Mal drin gewesen. 27 Mal schon im Shop. 30 Reminders. Dann sind wir bei der Sturm-Truperin. Für 800 V-Bucks. Ja. Schnuckelchen. Aber ist halt Ja. Ein Standard Skin. Also Standard Spitzerskin. Der Teil kriegt von mir ja 4 von 10 nur. Ich weiß. Ich weiß. Ihr mögt der Teil aus Salt Trooper mega beliebt. Jetzt wird es wieder Hates hageln. So. Da haben wir 3,83 von 5 bei 69 Votes. Am 31. Oktober 2017 das erste Mal drin gewesen. 175 Reminders. 20 Mal im Shop. Dann haben wir die Durchstäbe. Er hält die Tanzfläche für 800 V-Bucks. Mega geiler Emote. Von mir. 10 von 10. Leuchtstäbe. 10 von 10. Das sind die Glow Sticks. Oben in der rechten Ecke ein Video verlinkt, wo ich die Glow Sticks mit allen möglichen Skins durchgespielt habe. Schauen wir mal hier. Was haben wir da? 3,86 von 5 bei 22 Votes. Am 2. Februar 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 6 mal 38 Reminders. So. Dann haben wir die Gaunerin. Rapscallion für 1500 V-Bucks. Ja. Ich weiß, auch die ist mega beliebt. Hammer Schwitzer Skin auch wieder hier. Gut, da hinten das Backpack ist eigentlich ganz cool gemacht, muss ich echt sagen. Aber Gaunerin kriegt von mir 6 von 10. Rapscallion. Und das ist halt jetzt krank, weil die Noten sind halt mega crazy. 4,72 von 5 bei 69 Votes. Also viel besser kann ein Skin eigentlich gar nicht abschneiden. Am 3. Juni 2018 das erste Mal drin gewesen. Zwölf Mal seitdem 249 Reminders. Das Teil ist einer der beliebtesten Skins, die ich kenne. So. Coke Seal Haley. Ja. Da hier auf diesem kleinen Thumbnail finde ich, sieht er gut aus. Hier finde ich in echt, sieht er ziemlich bescheiden aus. 1200 V-Bucks für das Teil. Liegt von mir 6 von 10. Der Coke Seal Haley. Und da haben wir hier 4 von 5 bei 23 Votes. Und am 25. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen. Sieben Mal seitdem 10 Reminders. So. Und dann sind wir bei dem neuen Emote jetzt angelangt. Den werde ich auch wieder mit dem kompletten Spind von Herrn Soforts Account durchspielen. Wahrscheinlich werde ich jetzt auch mal ein paar Skins von meinem Account mit reinnehmen. Schauen wir mal. Also. Auf jeden Fall jetzt hier der Überspang-Emote für 500 V-Bucks. Schließe dich der Feier an. Finde ich ziemlich gechillt, das Teil. Kriegt von mir für 500 V-Bucks. Kriegt von mir 9 von 10. Finde ich eigentlich ganz nice, muss ich sagen. So. 9 von 10 für den Überspang. Gucken wir mal. Gibt es denn dafür schon irgendeine Note? Ist der Levish. Und für den Levish gibt es noch kein Rating. Jo. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir dem Herrn gleich. Schaut rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.